Oh mein Gott, Leute, das wird jetzt so schlimm jetzt, Alter, unsere Verabschiedung, Alter. Wirklich, Leute, ihr gebt mir einfach so viel, ne? Das ist wirklich nicht mehr normal. Ausweichschlag. Du, du, ne? Er traut sich zu sagen. Jo, Leute, was ist grab und herzlich willkommen zu dem, ist das der sechste Vlog? Äh, der fünfte. Ach, zu dem fünften Vlog. Auf jeden Fall, Leute, wie ihr schon gesehen habt, ich hab heute Morgen verschlafen und so, ich konnte nix morgens filmen. Aber ich hab's trotzdem irgendwie geil gemacht, keine Ahnung. Wie man so unterwegs ist, heute bin ich mit meiner Freundin unterwegs, ihr wisst Bescheid. Wir fahren jetzt zu ihr. Warte mal, mein Vater ruft mich gerade an. Und wir müssen wieder, natürlich ein bisschen schneller zum Bus gehen, denn der Bus kommt 45. Ja, wir sagen, wir laufen jetzt erstmal und dann sehen wir uns wieder. Wir haben den Bus noch geschafft und wir sind schon lange bei Sina angekommen. Auf jeden Fall, sie ist gerade auf Toilette und, ähm, wir haben gerade Nudeln essen. Und ich hab voll vergessen, dass ich jetzt filmen muss. Weil wirklich, ne? Ich muss einfach jede Sache filmen an diesem Tag. Sie ist gerade auf Toilette und wir machen heute noch was Kleines, Freshs, ihr werdet das dann schon sehen. Und Leute, ich muss, ich muss überlegen, soll ich sie pranken? Also so Nervenprank. Keine Ahnung, was ich noch mit ihr mache. Auf jeden Fall seid gespannt, ich werde sie einfach nur nerven. So, auf jeden Fall, ich war jetzt hier Freshs, du schon sind. Ich muss ja sagen, ne? Ich will jetzt safe ein Einzige Einzige nicht. Nimmst du das, nimmst du die Herausforderung an? Ja. Ja? Sicher? Ja. Okay. So, du hast ja was von Auge genommen, komm ein bisschen her, komm ein bisschen her, warte, lass mal eine Minute, komm ein bisschen her, los. Schlag, komm. Warte, drück, drück, drück. Ja, die sieht man doch gar nicht. Also doch, die macht es. Rein wirklich, ja, komm. Schlag. Komm. Ja, nein, so kämpfen, bist du dumm. Ja, okay, dann kämpfen, los. Ja, los. Ja, warum hörst du mich an? Ey, du bist der Hammer. Okay, das reicht, okay? Ja. Verstanden? Auf jeden Fall, hier. Es geht ab, Digga, alles fit, Mann. Hier, Paula. Hier, guck er hin, hier, guck er hin, hallo. Egal, die will nicht in die Kamera gucken. Auf jeden Fall, wir setzen uns kurz draußen hin und trinken kurz einen Kaffee. Weil heute geht einer fast gar nicht, weil heute ist es einfach richtig kalt und es ist langweilig. Hallo. Und ja. So, Leute, auf jeden Fall, ich zeige euch mal kurz zu Terry, wie man die Kaffee macht. Also, erst mal müsst ihr die draufdrücken, mit das Warte qualmt. Und dann kommt dieser Teebeutel, Kaffeebeutel, steckt die hier rein, oder? Ja, ich frage dich, oder? Ich kann das. Dann steckt man das hier zu. So. Wo ist jetzt der Becher? Da. Före mich, führe mich, wie ich Becher hole. So, die macht den Schrank auf, da müsst ihr so machen. Und, äh, na, hier gibt's ja keine, ne? Dann guckt ihr in den anderen und dann nehmt ihr erstmal den rot-weißen. Weil der rot-weiße bringt immer Glück beim Kaffee trinken. So, jetzt leuchten alle drei hier. Dann macht ihr das hier so. Und dann müsst ihr einfach nur auf eine Tasse drücken, weil wenn ihr zwei habt, dann müsst ihr ja noch ein bisschen größer. So, und schon kommt das Kaffee von alleine. Was natürlich niemals vergessen, dürft ihr hier ein bisschen Zucker, ein bisschen viel, warte. Seht, warum kommt hier nichts raus? Da muss man sogar so holen und her, ne? Reicht das, denkst du? Trink. Als wir den jetzt nicht zuckerig haben. Und natürlich diese Milch hier, ihr wisst Bescheid. So, so, und dann gießt ihr halt ein bisschen Milch da rein. Dann ist die Sache, warte, ein bisschen mehr. Dann ist die Sache auch schon gegessen. Schon habt ihr Milchkaffee. Oder Milchkaffee? Ja. Okay. Ich habe jetzt extra hier Licht aufgestellt, ihr wisst Bescheid. Einmal hier kosten. Ich habe eigentlich schon gekostet, aber egal. Schmeckt geil, Sina, ne? Trinkst du mal Kaffee, warum sagst du ja? Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Schmeckt geil, ne? Da gebe ich dir mal recht. Ich gebe mir jetzt erstmal den Kaffee hier, ne? Und dann, ähm, warte mal. Und dann geht es auch schon rein. Wir gucken Filme oder so, ne? Dann geht es auch schon nach Hause. Ich habe heute Rest Day. Das heißt, da kann ich wieder kein Training abfilmen. Das heißt, jetzt zwei Vlogge. Kein Training abgefilmt, aber morgen dann wieder ein Training. Abfilmen. Morgen trainiere ich, ich glaube, ja, Brust, Schulter, Trizeps. Weil ich trainiere ja Brust, Schulter, Trizeps morgen. Und das Ding ist, das habt ihr auch schon gesehen. Trotzdem filme ich ein, zwei Sätze ab. Aber Rücken, na, Rücken habt ihr auch schon gesehen, ne? Oberkörper habt ihr schon gesehen. Weil, ich werde es dann einfach schon morgen sehen. Keine Ahnung, wo ich das reinsteide. Also, in welcher Zähne. Das kommt irgendwo zwischendurch im Video. Auf jeden Fall, ich wollte nochmal ganz kurz Werbung machen für die Tour. Auf jeden Fall, checkt den ersten Link in der Bio ab. Wir fahren nach Dortmund, Stuttgart, Berlin. In richtig vielen Städten. Deswegen geht auf den ersten Link. Guckt so, in welche Stadt ich fahre. Und dann der Rabattcode Ali Hakim hier nochmal geschrieben. Bitte benutzt den Rabattcode, weil dann kann ich sehen, wer bestellt hat und wie viel bestellt haben. Auf jeden Fall, ich freue mich auf die Tour und ich würde sagen, weiter geht's mit dem Vlog. Warum machst du sowas? Warum machst du das? Guck mal, guck mal. Warum machst du sowas? Alter, kann ich mal treffen. Warum denn, boah? Weil das stinkt. Warum stinkt das denn? Weil du geforzt hast. Oh, sag das doch nicht auf öffentlicher Kamera, Mann. Ey, bist du behindert? Hast du eine Schande? Ja. Was da los? Ey, nein, die schuhe nicht. Ich schwöre auf alles, ob sie zu dir wäre, dann haben wir keine Probleme. Ey, dann haben wir keine Probleme, mein Fräulechen. Nicht wieder meine Schulsachen. Ah. Was? Oh Gott, das wird jetzt so schlimm jetzt, Alter, unsere Verabschiedung, Alter. Komm her, Sino. Voll schlimm, Alter, geh mal um Armut mit Tschüss. Ja, geh, geh, lass mal los. So ist es, geh, Alter. Komm, komm mal auf dich, stehe rein, ne? Ha, 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 ha. Spaß, doch schlimm für mich, Alter, unsere Verabschiedung. Komm her, ha, Spaß, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Was ist das, Alter? Komm, komm auf dich, komm auf dich, komm auf dich. Geh mal weg, geh mal weg, ich mach's ernst. So wieder 10 bis 15 Minuten auf seinem Bus warten, Alter, ich hasse es. Ich hasse es immer noch. Ich hab's, ich glaube, schon in jedem Vlog gesagt, ich hasse es, einfach auf meinen Bus zu warten. Ich bin grad hier wegen dem Licht, weil wenn ich jetzt hier gehe, sieht ihr mich nicht mehr. Warte mal. So zum Beispiel, wie seht ihr mich nicht mehr? Auf jeden Fall steig ich jetzt in den Bus ein. Und sehen uns dann, ne? Wir sehen uns. Tschüss. Kennt ihr das, Mann? Ich sitze im Bus, Mann, und schläft an, wie das an. Ihr seid am Handy, dein Handy fällt fast runter. Boah, ich bin richtig schäflich müde, Mann. Ich fühle mich, weil ich treffe jetzt nochmal ganz mit einem Kollegen. Ich muss noch ein paar Sachen mit denen abklären und ich zeige ihn ganz kurz. Dann geht's auch schon nach Hause, dann mache ich das Video. Dann beendet ich das Video einfach zu Hause, aber ich will auch ein bisschen noch mit einem Kumpel. Und ich bin einfach richtig müde geworden. Ich war sehr ernst. Ich muss das Video heute noch schneiden, dann kommt es wieder morgen online. Und die Videos kommen eigentlich richtig krank bei euch an. Danke nochmal für den ganzen Support, danke für die ganze Unterstützung. Danke, dass ihr mal einen Daumen nach oben gebt. Danke immer die... Also danke natürlich auch an die ganzen Kritik oder an den ganzen Support, einfach an alles. Ich bedanke mich nochmal. Glück, Leute, ihr gebt mir einfach so viel, ne? Das ist wirklich nicht mehr normal. Das ist wirklich krank, wie viel ihr mir gebt. Aber ich tue auch sehr, sehr viel für euch. Fast geht ab, Leute. Auf jeden Fall. Wir sitzen gerade auf der Bank. Und da hast du einen Lichthalter, den kennt man nicht. Ich war es halt hier am Start. Auf jeden Fall, wir chillen hier gerade noch unser Leben. Wir sprechen ein paar Sachen. Ja. Oder... Was für ein Schlag. Du, du, ne? Er traust dich zu sagen. Oder keine Bleidung auf meinem YouTube, man. Das ist doch asozial. Ja, was? Das ist kalt an den... Oh, du Wichser. Warum bist du so asozial, Alter? So asozial? Ich chill nicht mehr mit asozialen Kindern. Ganz ehrlich? Warum bist du so asozial? Alter. Was geht ab, beide alles fit? Ja. Ich drehe gerade einen Vlog. Du weißt, dass Vlogs sind jeder, ne? Ja. Auf jeden Fall, Leute, ich bin jetzt zu Hause. Lauf, lauf, lauf. Lauf. Lauf, doch, das tue ich rein. So, Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen, das war es von dem fünften Vlog. Es macht mir richtig Spaß, richtig heftig Spaß, Vlogs zu drehen. Wirklich, ich meine es ernst. Auf jeden Fall, morgen um 17 Uhr kommt wieder der sechste Vlog, siebte Vlog, achte Vlog, neunte Vlog, bis zum ersten, ersten jeden Tag im Vlog. Auf jeden Fall, Leute, spreng ihr noch nach oben, wenn ich... Der Vlog gefallen hat und wie gesagt, checkt ihr das Link in der Biob und der Rabattcode wegen der Tour und checkt meine ganzen sozialen Netzfänge ab. Wie schnell ist hier das Video und breite Jong-Use am Start. Auf jeden Fall zum Chillen. Das war es von dem Video. Ich würde sagen, Peace. Tschau.